Hey, Lemmy, Lemmy! Was ist los? Alter, bist du wieder eingepennt? Nein. Was ist los? Wir wollten auch die Quali machen. Was ist die Quali? Das ist MDR. Ja. Okay. Ingekehrt, denn Spastia persönlich nicht mehr mecke. Es hat Respekt vor diesem langhaarigen Schönling. Und jetzt komm ich straight mal zum Turnierleiter. Du klingst wie die Chibobo oder deine Stimme. Wie pushiert die Eier? Das Spastia macht einen auf Antibye, gewisse Substanzen. Aber ist dir klar, was MDR heißt? So kleiner Schimpanse. Besser, du recherchierst einfach mal lieber ein bisschen, bevor du dein ganzes Turnier nach einer Partydrucke betitelst. Okay, ich denke, das war's dann auch schon. Lemmy, Spastia schmeckt wie Spermel auf dieser Qualifikation. Bitches, was ist nur mit euch los? Lemmy, Step die Eierze aufs Mic und keiner kickt mich von meinem Thron. Alle Becken-Emses werden nacheinander aussortiert und dann wird letzten Endes auf die Königsklasse fokussiert. Bitches, was ist nur mit euch los? Lemmy, Step die Eierze aufs Mic und keiner kickt mich von meinem Thron. Boah, ich foxen gleich die Quali-Phase einer Damenwahl. Ich kratze mich im Sack und bleibe weiter asozial. Okay, sorry. Ich hab wohl doch noch was zu sagen. Ich meine Postscript und sowas ist ja hoffentlich im Rahmen. Was soll der ganze Scheiße mit dem Masken-Theater? Denn eure Fressen sind dennoch hässlich. Trotzdem mit Dana. Wollt ihr morgens damit etwa alle hier zu demitieren? Oder warum wird die Hacktrisse nicht wie bei einer Spielshow präsentiert? Zum Schluss werden dann wohl noch eure Stimmen gepischt, weil ihr sonst wie kleine Jungs klingt oder stimmt's etwa nicht? Denn in Wirklichkeit seid ihr alle nur Chorknabinsänge und nicht das, was ihr vorgibt. Boah, harte Gangster, also hört. Bitte auf mit der Scheiße. Oder empfehlt eure Maske, damit wir wenigstens bei ein bisschen Reales bleiben. Bitches, was ist nur mit euch los? Let me step die Erz an's Mike und keiner kickt mich von meinem Thron. Alle Wecken-Emses werden nacheinander aussortiert und dann wird letzten Endes auf die Königsklasse fokussiert. Bitches, was ist nur mit euch los? Let me step die Erz an's Mike und keiner kickt mich von meinem Thron. Boah, ich vorziehen gleich die Qualiphase einer Damenwahl. Ich kratze mich im Sack und bleibe weiter asozial. Hab er gesagt, daiele Wecken, dass 20% ist. Vielen Dank.